Bei diesem Sirup bin ich gespannt, ob es genauso sauer schmeckt, wie das bei dem Hitchi-Sirup in der Sorte Erdbeer der Fall ist. Anhand des Geruchs weist die Strawberry-Lemonsorte eine etwas intensivere Erdbeernote auf. Geschmacklich bekommt ihr bei diesem Sirup eine süße Erdbeernote geboten, die im Abgang eine leicht säuerliche, zitronige Komponente mit ins Spiel bringt. So sauer wie der Hitchi-Sirup ist diese Variante absolut gar nicht. Der Erdbeergeschmack ist ja natürlich die feine Zitronennote ergänzend süßenbeerigen Geschmack perfekt. Es hat mich wirklich positiv überrascht, da ich die Befürchtung hatte, dass der Sirup sehr künstlich schmeckt. Für all jene, die der Hitchi-Erdbeersirup zu sauer war, könnte diese Version wahrscheinlich mehr überzeugen, sofern man auf süßen Erdbeersaft steht.